Dieser Bereich umfasst die Vor- und Nacharbeiten im Service, den richtigen Umgang mit dem Gast und Spezialarbeiten am Tisch des Gastes, wie zum Beispiel das Flammenbier, das richtige Abbrennen von Speisen mit Hilfe von Spiritosen. Wir bereiten dann auch einen Hummer zu und der Hummer wird dann filetiert. Da werden dann nicht zum Beispiel die Scheren abgeschnitten und die Füße. Der Hummer wird dann weiter in einem Hummer-Cocktail verarbeitet. Dann werden auch Ente filetiert und richtig angerichtet. Also mir gefällt in diesem Bereich eigentlich am besten, dass man den Umgang mit Lebensmitteln lernt, dass man mitbekommt, wie man das so schön anrichten kann und es einfach den Gästen schmackhaft machen kann. Die verschiedenen Spezialarbeiten, was wir hier alles mitbekommen und auch die Veranstaltungen, was wir dann im Zuge der Praxisunterricht unternehmen dürfen. Besonders liegt unser Fokus auf regionalen Kooperationen und Events. In den letzten Jahren konnten wir bereits einige Erfolge sammeln, wie das Projekt Zilletaler Genusslokal, das 2-Jahres-Projekt Kostbares Tirol, das sogar zum Siegerprojekt gekürt wurde und die kolonialische Bergweihnacht war ein wahrer Erfolg. Vielen Dank!